Hey Leute, willkommen zu diesem Unboxing auf meinem Kanal. Ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Als erstes haben wir ein Amiibo, ein Zelda Amiibo von Twilight Princess. Damit kann man in Breath of the Wild Epona bekommen und auch Outfits und so und Stuff. Ja, ja. Da. Okay, dann kommen wir jetzt zum zweiten. Das ist auf dem Park direkt eine kleine Zerreißprobe für den Nintendo Switch. Sobald ihr vielleicht ein kleines Let's Play oder so Challenges oder so machen könnt, davon, dass man die Leute machen kann. Und jetzt kommen wir zum letzten und der größten. Das ist Nintendo... Nintendo Labo. Roboter... Kit. Da kann man dann seine Roboter bauen und dann damit spielen. So. Ja, ich würde sagen, das war das auch schon von diesem Unboxing. Und... Ja. Tschau.